Moin, ich bin Kevin, 32 Jahre alt und ich bin der Kandidat der SPD zum Deutschen Bundestag hier in Berlin-Tempelhof-Schöneberg. Ich bin im Moment jeden Tag von Tür zu Tür unterwegs, um mich persönlich vorzustellen. Mit meinem Team zusammen haben wir schon an 30.000 Türen geklingelt, 50.000 sollen es werden. Und ja, auch eben gerade sind wir hier wieder an mehr als 100 Türen unterwegs gewesen. Die Leute fangen langsam an, sich wirklich Gedanken über ihre Wahlentscheidungen zu machen. Viele nehmen einfach das Material und lesen sich das durch. Wenn man mal richtig ausführlich ins Gespräch kommt, geht es meistens um bezahlbares Wohnen, auch um Mobilität und Verkehrssicherheit in der Nachbarschaft. Das sind große Themen und mir hilft es total geerdet zu sein, weil manches, was so auf Twitter oder in den Medien rumrauscht, spielt an den Türen gar nicht so eine große Rolle, sondern es sind wirklich die klassischen Nachbarschaftsthemen und um die soll es ja auch gehen in der Politik.